Willkommen zu einer weiteren Episode. Wir warten auf das Seuchenviertel. Nein, einer weiteren Episode. Max, äh, Hearthstone. Wir spielen einfach noch ein gewährtes Spiel mit dem Shami-Deck. Mal gucken. Wir sind Rang, äh, 8. Ja. Rang 8. Ja, Karte wieder hin. Ah, Gegnersuche dauert ein bisschen lang. Ein bisschen zu lang. Bestimmt gleich Verbindung weg. So. Ja. Ja. Das dauert zu lang. Gut, Bandmaster nochmal. Und starten es nochmal neu. Kommt rein und schließt die Tür in Deutschland. Es ist kalt da draußen. Na, erstmal mal gucken, ob es geht. Geschlossen. Okay, jetzt ist es sogar ganz geschlossen. So. Shami gewertet. Spielen. Ah, es geht. Wir haben einen Gegner gefunden. Oh, du du. Das sind ja tolle Karten. Super tolle Karten. Das ist ja nicht besser geworden. Nicht viel besser. Oh, nein. Na, klar. Na, gut. Wenn er schon einmal Anregen verwertet. Verschwendet. Würde ich fast sagen. Lass mal ein bisschen was auf die Beine stellen. Was ihn ein bisschen nervt. Nächsten Zug haben wir. Ein Mana. Das war ja intelligent. Das war ja intelligent. Das war ja intelligent. Gut, mehr kann man nicht machen mit einem Mana. Am nächsten Zug gibt es wahrscheinlich einen Yeti. Big Bad Yeti. Den Schafseer ignorieren wir erstmal. Den Seer des Irrlandrings ignorieren wir erstmal. Hm, wollen wir den killen? Ja. Noch mal. Sehr schön. Heiltotem ist immer gut. Okay. Hauptsache mein Totem ist weg, oder was? Ich würde lieber den zweiten Yeti spielen. So ein... Oh, hallo? Na gut, damit sind beide weg. Immerhin. Das war ein bisschen Verschwendung, aber wir haben ja noch einen Lightning Storm auf der Hand. Stacken, Todesröcheneffekte. Auf gut Deutsch, wenn ich dem jetzt einen gebe und er geht tot und ich mache beide auf ihn, erscheint er dann zweimal. Das wäre interessant zu wissen. Sehr schön. Das sieht jetzt echt böse aus, irgendwie. Also es funktioniert auf jeden Fall, was schon mal gut ist. Das Neuronische Ei ist doppelt wiederbelebt worden. Bankenheb? Ja. Ich muss das Land über. Wenn ich jetzt noch irgendeine Möglichkeit hätte, meine Eier aufzuploppen, wäre das super. Spiel irgendwas aus und gib mir 10 Flammen zum Totem. Das wäre supergeil. Ja. Ja, Ragi. Ragi. Komm, plopp ein Ei auf. Hm. Ragi mittornt. Jawoll, Dankeschön. Hm. 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 So. So schnell ist Ragi wieder weg. Jeder spielt Ragnarau so momentan. Hm. Ich hab keinen im Deck. Hm. Hm. Ich bin müde. Ja, auch nicht schlimm. Ja, wenn ich mal was gescheites ziehen würde, wäre das natürlich auch nicht verkehrt. Sechs Mana, dann würde ich in dem Zug. Nicht gut. Ein Yeti. Ein Golem. Oh, Mann. Da wird es schon langsam eklig. Ja, bringt nichts das Angreifen, ne? Hat vorher ein Leben. Ah, sehr schön. Wir wollen, dass das verhexelt. Passt. Sternenfeuer. Krankenhieb. Mal der Wildnis. Ah, Black Knight. Oh, groß wurde er. Auch lange nicht mehr gesehen. Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Genau. Also, ich bin ein Schuss, ich bin ein Schuss, ich bin ein Schuss. Okay. Hm. sieht nicht gut aus zwar mehr auf dem feld aber nix womit immer irgendwas anfangen kann so das ist kein gültiges ziel nur noch neun karten wo soll ich zusehen das ist kein gültiges ziel das ist kein gültiges ziel wenn er jetzt natürlich die kombo auf der hand hat mit hier den drei trianten und wildes brüllen okay er heilt sich noch neun noch neun noch neun noch neun aber ich verliere glaube ich ja ja ich verliere jetzt kriege ich einen drachen jetzt wo ich ihn nicht mehr brauche und noch ne axt ach ja ärgerlich sehr ärgerlich sehr ärgerlich ja wir probieren natürlich wie nach jedem spiel im moment und ob es nicht endlich freizuschalten geht na 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 geht es oder geht es nicht geht es oder geht es nicht hallo war ja klar geht also nach wie vor nicht schade euer dasdi bis zum nächsten mal